Hi, heute zeige ich den Wiederaufbau einer etwas vernachlässigten Altenburger Synchronbremse aus den 70ern. Wie man auf dem Bild unschwer erkennen kann, muss ich diese jedoch zunächst von Schmutz und Rost zugutes geht befreien. Dazu habe ich die Teile über Nacht in Apfelessig baden lassen und am nächsten Tag abgewaschen und poliert. Ich würde sagen, dass ich das Ergebnis sehen lassen kann. Beim Wiederaufbau der Bremse fängt man sozusagen von hinten an, mit dem Teil, das direkt an den Rahmen geklemmt wird. Beim vorderen Teil der Bremse möchte ich hierbei noch anmerken, dass dieses zentrale, nicht mehr so schön aussehende Plastikteil, essentiell für die Funktion der Bremse ist. Ich habe es an dieser Stelle schon montiert und fürchtete, dass es beim Versuch dieses wieder zu lösen, einfach zersplittert. Sollte dieses Teil fehlen oder kaputt gehen, kann man sich sicherlich mit einem 3D Drucker behelfen, sofern man da jemanden kennt oder selbst einen besitzt. Was man bei der Montage der Feder hier schlecht sieht, sie besitzt auf der einen Seite eine Nase, die in das freie Loch im tragenden Bügel kommt, auf der anderen Seite, das sieht man hier besser, sitzt die Feder in der Mulde des abstehenden Stiftes. Als kleiner Fakt am Rande, Synchron wurde 1964 als Markenname von Altenburger angemeldet. Der Name kommt von dem durch die Funktionsweise gezwungenermaßen gleichzeitig aufeinander, also synchron, zulaufenden Bremsbacken. An dieser Stelle ist es wichtig, dass das Bauteil mit der Feder schon vorgespannt wird, damit man das andere Teil damit richtig verbinden kann. Dieses Halten der Federspannung kann unter Umständen etwas nervig bzw. auch einfach schwierig sein. Man könnte sich natürlich auch einfach eine zweite Person holen. Vielen Dank. Was man hier wieder etwas schlechter sieht, ist, dass ich gerade die Halterung für die Bremszuköhle zusammenbaue, die ich dann im nächsten Schritt auch an die Bremse montiere. Die Bremsschuhe, die ich jetzt verbaue, sind tatsächlich einfach komplett neu. Da die alten Bremsbeläge nicht mehr funktionstüchtig aussahen und der Supermarkt um die Ecke da einen optisch passenden, günstigen Ersatz bietet. Wenn wir jetzt alles richtig gemacht haben, so ist diese Bewegung der Bremse sehr geschmeidig und frei von jeglichem Schleifen oder Klemmen. Ich bin jetzt frei, dass ich lieber eine Kugel in den Spiel�� benutze. Ich bin jetzt bei mir in die Bremseặtze. Ich bin jetzt seitdem der Bremse im Perlauge nicht mehr fungeriert. Ich bin jetzt bei mir noch ein, wie es ist. Ich bin jetzt bei mir immer wieder, können wir uns alle schauen, wenn ihr pense. Ich bin jetzt dabei, wie es geht.